Was sehen meine müden Augen da? Eine Jägerin? Komm, unterhalten wir uns! Machen die jetzt alle Aufträge für mich? Eins muss man euch nur erlassen. Du hast Sachen. Du hast meine Rüstung sogar, genau. Ja, fast. Moin! Ah, mit dem kann ich einfach handeln. Geil! Eigentlich mal einen, der nur handeln möchte. So. Ach ja, stimmt. Ich baue heute die ganze Scheiße dafür. Fuck. Schatten-Rosslar. Okay. Sägezahnhertz. Yo! Okay, Tramplerherz. Plündererherz. Wächterherz. Den habe ich sogar. Geil! Ich hoffe, wir können den hier haben. 50, 80. Bei dem kann ich aber Toxic-Pfeile machen. Bei dem nicht. Ah, den habe ich sogar. Ha! Den brauche ich ja gar nicht mehr. Ich bin ja schon so weit. Boah, krass. Ich brauche aber andere Rüstung. Ich weiß gar nicht, was ich für Rüstung habe. Ich habe jetzt... Ja, die wird auch voll für bringen. Was habe ich denn jetzt für Rüstung? Die Rüstung habe ich, glaube ich. Ne, warte. Ach, keine Ahnung, welche Rüstung ich habe. So, Speer. Ähm. Schütz den Träger. Ich will am liebsten was haben, was... ...genau sowas. Was einfach Schaden einfach so reduziert. Das war bestimmt ein sehr geiles Sound, den ich mit dem Mond gemacht habe. Der sieht auch cool aus. Boah, die Rüstung sieht auch cool aus. Äh, was haben wir noch für Rüstung? Nope, 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 nope. Was heißt ein Speer? Heißt das einfach nur, dass es eine Speerrüstung ist? Was ist das? Gegen Flammen? Gegen Flammen brauche ich, glaube ich, nichts. Sieht auch sehr... ...sehr fancy aus. Oh, die sind wir dann bei einer ganz normalen Rüstung. Ja, gut. Ähm... Fallen Tränke. Ich brauche ein paar Tränke. Okay, die habe ich voll. Stärkungstrank. Nö. So, Munition habe ich auch alle. Schatzkisten. Die nehme ich gerne mit. Spezialobjekte brauche ich nicht. Was haben wir denn für Outfits? Ach, stimmt. Stimmt, da habe ich auch noch Dings drauf. Äh, so, hier Modifikation. Hatte ich auch Modifikation? Nein, hatte nicht. Jo, genau. Was wollte ich machen? Genau, Inventar. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da machen wollte. Schatzkisten, genau. Da wollte ich mal ein paar von öffnen. Blündererherz. Sprengfalle kann ich nicht mitnehmen. Okay, aber nichts Interessantes groß. Hier hat das Ding. Hier noch Hilfe-Munition, da für Munition. Rohstoffe, juhu. Ah, Schatzkisten habe ich immer noch. Warum geht das nicht weg jetzt? So, Modifikation. Oh, plus 30 Schaden. Alles klar. Äh, wie kann ich noch mal Modifikationen... Äh, weg machen? Kann das so sagen? Ich weiß nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Äh, muss ich noch mal gucken. Und wie viel Fortstraf jetzt? 33,3%. Nice. Und spielt seit 14 Stunden. Ist eine betrautliche Zeit, ne? So, du hast was für mich vor. Unten rattern die ganzen Sachen immer noch durch. Und ich mache jetzt noch eines Ding. Boah, nicht runterspringen. Und zwar mache ich eben noch eine kleine Quest. Und dann höre ich nämlich auch... Äh, äh. Höre ich nämlich auf, aufzunehmen. Ich bleibe da hin. Ähm. Weil die Zeit vorangeschritten ist. Optional. Ne, wenn, dann will ich den auch beiden das geben. Dann wäre ja doof, wenn ich nur das eine gebe. Irgendwie machen die Nerven nicht mehr. So, wo sind Langbeine hier? Das sind Crocodile Dundies. Keine Ahnung, was das sind. Das ist auch wieder Crocodile. Brightcorp. Panzerwanderer. Was waren Langbeine? Hier ist aber da eine Zone. Hier sind Langbeine. Dann werde ich mich hierhin porten. Dann, genau. Bam. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Dings ich überhaupt habe. Äh, wie viel Port-Things. Port-Dinger. Genau, Handy. Du bist jetzt fast leer. Mega geil. Warum nicht? Äh. Äh. Komm, scheiße. Ja. Auf jeden Fall, äh. Das ist mit den ganzen... Ähm. Boah, ich bin heute irgendwie voll Brainer-FK. Tut mir leid. Äh. Mit den ganzen Folgen, das... Das werdet ihr sehen, wie das alles laufen wird. Und da sind wieder nervige Dinger. Die, die mich safe töten werden, aber ich einfach weggelaufen werde. Oh, ey. Nee. Schwimmen können die, glaube ich, sowieso. Ach, ist klar. Die müssen gar nicht schwimmen. Oh, nein. Geh mal weg hier. Ich hab denen nichts getan. Ganz ehrlich. Ich bin einfach nur gelaufen. Einfach nur hier vorbei. Ich hab kein Problem mit dir gehabt. Oh, da muss ich aufstoßen. Und ich will auch kein Problem mit dir haben. Wait, bin ich dumm? Woher wollen wir jetzt denn? Da will ich hin. Oh, nein. Voll in die falsche Richtung laufen. Medizin. Das ist super toll. Ja, ja. Ich geh ihn erst mal aus dem Weg. Genau, geh ihn erst mal aus dem Weg. Das nimm ich mit. Und hier ist kein Stuff mehr. Was ist hier? Schock, genau. Schock brauche ich eigentlich gar nicht. Sammle ich trotzdem auf. Und es ist verdammt dunkel. So, Langbein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Linsen aufsammle. Ich will hoffen, wenn ich hier einfach Töte erreicht habe. Und, ey. Ganz gut zu wissen. Den nimm ich noch mit. Ein wenig Gesundheit ist immer gut. So, Langbeine. Da oben sind sie schon. Da oben kann ich sie schon mit meinem Adler Auge eher blicken. Ich geh auch mal mit. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Oh, jo. Das waren die Langbeine. So, nimm ich mal mit dem Gehärtete. So, wo ist denn noch einer? Zwei waren hier. Das waren die Langbeine, ne? Oh, waren das die. Junntag. Jetzt haben wir ihre Aufmerksamkeit. Ach, was. Ist das gut, dass sie das machen? Oh, shit. Oh, nee. Oh, nee. Fall. Au. 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 Yo, yo, yo. Ganz ruhig, Mann. Ey, nicht mit den Füßen. Treten ist immer doof. Treten ist verboten. Moin. Da war ein Brenn. Ja, auf die Brust. Die sind gegen Feuer. Yo, du hast ein Selbelzahn. Äh, wie wär's mit? Nö. Der ist gerade in der Luft explodiert. Nice. Ja, Selbelzahn. Ich weiß, dass du hier bist. Ist aber schön, wenn du wieder abbaust. Hier sind mehrere davon. Geil. Erstmal wegdodgen. Nee. Und da kriegst du da keiner drauf. Oh, yo, der ist tot. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Erstmal kriegst du den Treffer. Oder auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Oh, nee. Der Selbelzahn kann gerne von mir verschwinden. Ja, 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 ja. Das könnte fast ein Song sein, den ich hier singe. Nein. Das war eine lobe Idee. Aber schön, Medizin nehmen. Nein. Der Selbelzahn. Der Selbelzahn. Oh mein, mein Schulter juckt. Das ist tot. Warum Selbelzahn? Warum musst du dich überall drin einmischen, ne? Nur weil du jetzt stirbst? Au. Oh, die flirfen, dass ich nicht sterbe. Ja, moin. Oh. Hey, komm schon. Kann doch nicht sein. Oh. Nein. Nochmal. Oh. Komm. Jetzt ist es in Nahkampf-Action hier. Au. Kein Nahkampf-Action mehr. Jetzt ist auf Small-Action angesagt. Äh. Warte. Na. Warte mal. Genau. Jetzt hab ich... Du Arsch. Du Arsch, du. Den Treffer. Nochmal ein bisschen draufhauen. So, du Arsch. Misch dich hier einfach... Hat's klopft? Weiß ich nicht. Misch der sich einfach hier ein. Ne, hier sind noch mehr Viecher. Ich weiß gar nicht, was Langebeine waren. Hallo. Ich soll immer stehen hier. Ich weiß nämlich nicht, was ihr seid. Au. Alles klar. Das waren übrigens Grasser. Und ich hab jetzt Grasser-Linsen. Because why not? So. Habt ihr jetzt alles genommen? Alles klar, mein Materialbeutel ist voll. Da, hier. So. Wo sind denn die? Da. Äh, Langebein-Linsen. Nice. Nehmen wir noch mal ein paar mehr mit. Die Tasche haben natürlich auch. Aber ich hab jetzt den... Dings eigentlich gelootet. Den anderen Dude. Den Dude mit dem Hut. Der immer dumme Sachen tut. Das nehm ich mit. Nein. Wie mach ich nochmal hier? Activision. Genau. Bzw. nicht Activision, sondern krasse Vision. So, ich wollte schon gerade sagen. Irgendwas schreibt da an meinem, äh... An meinem Headset. Das war aber nur mein Kabel vorm Headset. So, hier ist nichts mehr. Ich hall mich mal eben. Und dann port ich mich da hinten hin, weil ich hab keinen Bock wieder zu laufen. Ich schmier alles zu weit. Äh, ich... Kann da erstmal hinlaufen. Geil. Ach, das dauert mein... Ne, 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 ne Minute. In der Zeit kann ich ne Lebensgeschichte erzählen, also, keine Ahnung. Nein, ich will jetzt keine Lebensgeschichte erzählen. Ja, auf jeden Fall. Äh, more, heute, genau. Jetzt, wo ihr grad die Folge seht, unter ein paar Videos rauskommt. Ich denke mal, dass morgen auch wieder ne Folge rauskommt. Äh, ich versuche jetzt jeden Tag mal aufzunehmen. Vielleicht, wenn ich Bock drauf habe, vielleicht auch nicht. Ähm, und ja. Und ich will hoffen, dass The Division auch irgendwann mal wiederkommt. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt. Vielleicht, äh, nehm ich erstmal ein paar weitere Folgen auf, bevor die hier, beziehungsweise die erste, die ich jetzt gerade in der Aufnahmesession aufnehme, bevor die überhaupt online kommen, mal gucken. Ich bin, ich bin, ich bin so, voll meine Stimme so emotionslos irgendwie. So langweilig, wenn ich rede. Naja, und so rede ich halt. Und so bin ich halt. Gibt auch keinen, ne? Also, ist mir auch ein Wurf, als jemanden juckt. Das ist meine Meinung. Habe gerade perfekt das unterstrichen, was ich gerade sagen wollte, gesagt habe. Aber es ist hier, hier will ich hinter. Alles klar, die Vorratskiste durchsuche ich einfach, auch wenn ihr hinter dich ist. Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, hallo. Was für ein Volk willst du damit anlocken? Ah, schnauze jetzt. Ich habe beide Teile. Ich habe euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen? Es wäre die falsche. Also gibt der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Oh, krasse Ansage. Oh, shit. Okay. Doch, ich will Klasse haben. Ich merke gerade, dass meine linke Uhr nicht mit der Uhr übereinstimmt, die von meinem PC ist. Sprich, meine Uhr hier vorne ist falsch. Nice. Und mit den schönen Worten werde ich jetzt diese Aufnahme-Session beenden. Wenn es euch gefallen, dann könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Alright. Ich sehe euch vielleicht morgen wieder, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann sehe ich euch jetzt wahrscheinlich morgen wieder, weil ihr dann weitergucken wollt. Wenn ich euch nicht gefallen habe, dann sehe ich euch nie wieder. Egal. Alright, bis zum nächsten Mal und tschüss.